Wir bei Schaeffler wissen woher der Wind weht und haben die Zeichen der Zeit erkannt. Für unsere Kunden. Wir sind gerüstet für die Zukunft der Elektromobilität. Mit einem neu gegründeten und weltweit operierenden Unternehmensbereich und einem breiten Portfolio an serienreifen elektrischen Antriebsmotoren. Präzision in Perfektion. Dafür sind wir schon immer bekannt. Genau gesagt seit über 70 Jahren. So lange liefern wir schon qualitativ unschlagbare Komponenten und Systeme. Es ist schon immer unser Spezialgebiet gewesen, die hohe Industrialisierungskompetenz und die Produktionsstärke. Das haben wir auch in Millionenstückzahlen im internationalen Umfeld wirtschaftlich und profitabel bewiesen. Und da sind wir sehr stolz drauf. Auch beim E-Motor heben wir viele Innovationspotenziale, um höchste Leistungsdichte kosteneffizient in Großserie zu produzieren. Stanzen, kleben, wickeln. Das können wir. Komplett automatisiert natürlich. Und das jetzt auch für die Serienproduktion von elektrischen Antriebssystemen. Getriebe, E-Motor und Leistungselektronik zu verstehen und zu beherrschen, ist eine Kunst für sich. Das Ganze zu einem funktionierenden Gesamtsystem und Antriebsstrahl zu kombinieren, ist eine andere. Wir beherrschen beides. Und so bieten wir unseren Kunden heute die gesamte Bandbreite. Von Hybridlösungen bis zu vollelektrischen Achsantrieben. Selbstentwickelt und gefertigt. Und typisch für Schaeffler, effizient und zuverlässig. Innovationskraft und Pioniergeist sind seit jeher Stärken von Schaeffler. Wir wollen nicht zu kurz springen. Wenn wir etwas anpacken, dann wollen wir Benchmark sein und vorne weg gehen. Auf dem Weg zur Serienreife liefert uns auch unsere Machbarkeitsstudie Schaeffler 4E Performance das nötige Know-how. Und durch unser erfolgreiches Engagement in der Formel E gewannen wir mehr als nur Pokale. Nämlich wertvolle Erkenntnisse bei der Motorkühlung, Rekuperation und der Erforschung neuer Materialien. Unter härtesten Einsatzbedingungen. Auf unsere Erfolge in der Formel E mit unserem eigenen Angriffstrang sind wir schon sehr stolz. Hier gilt wirklich das Logo von der Rennstrecke auf die Straße. Aber das ist nicht alles. Wir glauben, dass unser großes Wissensspektrum der Schlüssel zum Erfolg ist. Unsere Kunden sehen all diese Stärken. Und wir freuen uns über die ersten großen Aufträge und das damit verbundene Vertrauen in Schaeffler als Partner für die Entwicklung und Produktion technologisch führender E-Maschinen. Wir haben viel investiert und wir investieren weiter. Wir sind bereit, den perfekten Elektroantrieb an unsere Kunden zu liefern. Und das ist nicht alles. Wir gehen bei den Versuchungen. Wir werden Förderstung in Schaeffler und Stärken auf die Rückseite. Aber das war die Glamour für die Welt. Aber das ist nicht alles. Und das war die Betrieb. Und wir sind wieder auf unsere Glamour für die Welt. Ausgabe. Und wir haben einfach eine Frage. Und das war die Frage.